halli hallo freunde und willkommen zu diesem kleinen video ja momentan läuft auf meinem kanal leider nicht so viel wie ich gerne würde das auf meinem kanal läuft aber das soll sich nach möglichkeit ja so schnell wie möglich ändern und damit wir alle cool in dieses comeback starten können würde es mich freuen wenn ich vorher vielleicht noch mal so ein bisschen eure meinung zu dem ganzen kram den ich mache einholen könnte und aus diesem grund habe ich mir die mühe gemacht ein kleines formular aufzusetzen indem ihr mal so eure meinung zu dem schritt den ich hier auf dem kanal mache sagen könnt das wäre sehr cool wenn möglichst viele von euch da mitmachen könnten damit ich weiß wie denn der kanal aussehen soll wenn ich dieses comeback mache ja das sind keine ahnung so paar allgemeine sachen zu meinem kanal kann könnt ihr euch anschauen link ist unten in der video beschreibung und dann wird es denke ich demnächst auch ein video mit der auswertung geben jo das war es dann auch schon bis denn tschüssi